Ich bin Camilo, ich bin 42 Jahre alt. Warum machst du beim Kältebus mit? Warum ich beim Kältebus mitmache, ist, weil ich mir das nicht wünsche, dass wir obdachlose Menschen auf den Straßen haben und wir sie deswegen versorgen. In meinem anderen Leben bin ich Ingenieur und fotografiere auch gern und mache ein bisschen Schauspiel und so andere Sachen. Aber hauptberuflich bin ich Ingenieur. Ich bin der Matze und ich bin 38 Jahre alt. Ich bin vor zehn Jahren zum Kältebus gekommen und mache das immer noch sehr, sehr gerne, weil ich in meinem richtigen Leben eigentlich Sozialarbeiter bin, der am Schreibtisch sitzt und das ein schönes Pendant dazu ist. Ich wurde inspiriert durch jemanden, den ich kennengelernt habe. Die Kältebusarbeit hat mich dann gefesselt. Ich habe sie auch fotografisch begleitet und konnte danach nichts anderes mehr sagen. Also es gab danach keine Zweifel mehr, ob ich diese Arbeit machen werde oder nicht. Das hat mich gefesselt und das mache ich jetzt seit vier Jahren. Das hat mich Wir nehmen üblicherweise Sachen mit, die wir auch am Abend verteilen können, beziehungsweise Wie man sieht, Isomatten und Schlafsäcke sind super super wichtig und natürlich auch ein bisschen was warmes, damit wir unseren Gästen was anbieten können, also Tee und Kaffee haben wir an Bord, aber das ist eigentlich unsere Hauptausrüstung. Ab 1,5 Grad ungefähr gibt es eine Schwelle, wo wir vermehrt oder wo sich die Zahl der anrufenden Menschen ändert, weil, und jetzt kann Matze den goldenen Satz sagen, den ich von ihm gelernt habe und seitdem auch wiederhole. Wenn es anfängt an der eigenen Nase zu kneifen, werden die Leute aufmerksam, dass das Leben auf der Straße auch hart ist. Das sieht schon zur Zeit aus, das heißt, wir haben gewöhnlicherweise, starten wir mit einem leeren Bildschirm, was ihr seht, sich jetzt schlagartig geändert hat und das bedeutet, das wird eine arbeitsreiche Nacht. Also wenn, so wie Matze gesagt hat, wenn die Menschen merken, dass es kalt ist, machen sie sich auch Sorgen um andere und dann gehen vermehrt Anrufe ein und jetzt werden wir entscheiden, welcher davon unser erster sein wird. Weserstraße, Weserstraße, Alexanderplatz, Tunnelstraße mit Rollstuhl und Karl-Marx-Allee vor unserem Haustür praktisch, am Kinokosmos. Dann fahren wir über Alexanderplatz und mit dem Kinokosmos. Gut, finde ich gut. Okay. Wer bei uns anruft, sind die meisten, würde ich behaupten, Passantinnen und Passanten. Es sind aber auch Kliniken, Krankenhäuser, Polizeidienststellen und alle anderen Menschen, die in irgendeiner Form auch davon unsere Menschen uns berichten. Ja, das ist vor zwei, drei Tagen. Am letzten Wochenende oder nicht davor hatten wir doch Evakuierung wegen der Demo, musste hier alles sauber sein. Okay. Und dann hatte ich meinen Wagen, diesen Kinderwagen da mit den Sachen, hatte ich da drüben am Venusbeck. Mit dir, ne? Dankeschön. Aber gerne. Guck mal, die Pappe nehmen wir wieder mit. Sollen wir das gleich mal auspacken, oder was? Oder willst du das selber in Ruhe auspacken? Sollte ich das? Ein riesen T-Magen. Das ist ein Zweimann-Präger. Du brauchst doch Platz. Schlummerlern. Schlummerlern. Jeder Berliner denkt an Lumba. Ja nun. Ja nun. Kamil, was steht da drauf? Wie viele Leute gucken da rein? Äh, 14. Glaube ich. So kein Circus-Zelt. Warte. 1,90 mal 110. Robust grün. 1,90 mal 110. Das ist nicht größer wie dein blaues Zelt, was du hier hattest. Das ist nicht groß. Also, ich würde jetzt mal so schätzen. Wollen wir das mal zusammen aufbauen? Weil ich hab, also, da musst du mir aber helfen, weil ich hab keine Ahnung. Ich hab's noch nie selber gebaut. Ich heiße Elisabeth. Ich lasse es beim Vornamen. Ja. Und ich bin 60 Jahre alt. Man muss ja von irgendwas überleben. Man muss ja von irgendwas sein Essen kaufen. Man braucht seine Klamotten, auch wenn man immer die Secondhand, Humana und sowas, Klamotten nimmt. Und man braucht eben halt ab und zu dies und das. Also, man kann einen Schlafsack kaufen. So, das schafft man. So, aber man schafft eben halt irgendwie nicht, wenn alles ins Wasser geschmissen wird. Oder, oder, oder es wird dann ganz plötzlich kalt oder so. Dann schafft man's einfach nicht mehr. Dann hat man eben halt nicht mehr diese, diese, äh, die Reserve. Also, ich mach nebenbei noch, oder eigentlich hauptsächlich noch immer mehr Schreibarbeit und mach dann zwischendrin so ein bisschen Flötespielen und hab mich damit so ganz gut über Wasser gehalten und will jetzt gerade wieder so in die feste Wohnsituation zurück. Langsam, aber sicher. Ich hab's sehr lange auf der Straße ausgehalten, also, und jetzt wird's gerade wieder kalt. Und jetzt bin ich eben halt auch auf die Kältehilfe angewiesen, weil die ganzen Sachen ins Wasser geschmissen worden sind da hinten und ich die nicht wieder rausgekriegt hab. Immer wenn man so hört, oh, der macht ehrenamtlich das oder der macht, oder die macht ehrenamtlich das, dann klingt das immer so, oh Mensch, du, äh, geiler Typ, du, äh, schlägst dir nachts die, also, du haust dir die Stunden um die Ohren nachts und, äh, bist am nächsten Tag unausgeschlafen auf Arbeit. Ja, das stimmt, aber man darf dabei nicht vergessen, dass diese Arbeit und gerade auch der Kältebus oder diese Arbeit in der Notübernachtung, also diese niedrigschwellige Arbeit, einem dermaßen viel zurückgibt für sich selbst und sein Leben und sein Wertgefühl, das ist, also ich glaube, ich kriege mehr zurück, als ich jemals gebe. Sozusagen, das darf man nicht vergessen. Ähm, ich kann mit, ich gebe einen Schlafsack, den ich nicht bezahlt habe, ich gebe einen Tee, den ich nicht gekocht habe, und tue einem Menschen was Gutes und dieses Danke von diesem Menschen streichelt meine Seele. Und das ist irgendwie, also, das ist schon eine, das ist schon ein sehr, das ist schon ein guter Tausch, möchte ich sagen. Ist aber sehr, sehr kritisch jetzt auf die Arbeit geblickt, ne, das muss man jetzt vielleicht so nicht senden, aber, äh, wenn man ganz ehrlich ist, ist es so. Dann fahre ich auch sehr gerne Auto, nachts ist Berlin schöner als am Tag, Carmen und ich, wir sind Freunde, wir führen gute Gespräche nachts, nachts sind die Gedanken noch freier als am Tage, also das, also es bringt, also diese Arbeit bringt so viel Positives mit, dass ich, dass der Schlafsack, den ich gebe, oder diese Fahrt in der Notübernachtung, äh, eigentlich verschwind gering dagegen ist, was diese Arbeit mir gibt. Bevor ich sie, die normale Welt kennengelernt habe, habe ich vorher schon die Welt von unten kennengelernt, sozusagen, ich kannte das schon. Selber mit Drogenabhängigkeit und, äh, am Koti stehen und, äh, Straßenpfleger verkaufen und so, deswegen, habe ich auch die Empathie, diese Menschen zu verstehen und zu fühlen, sozusagen, ähm, und deswegen, äh, kann ich diesen Blick auch niemals ablegen. Also ich sehe eher die Menschen im Schatten als die schönen Lichter hier auf, äh, unter den Linden. Liegst du immer hier oder heute das erste Mal? Heute das erste Mal, äh, bei Berlin ist es für mich. Ja. Das stimmt. Es gibt auch Notübernachtungen zum Beispiel nur für Frauen. Oh, nee, 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 auch nicht. Okay, okay, gut, gut, falsch, falsches Thema. Bitte schön, ja. Es gibt ja auch welche, wo nur Frauen sind, ne? Also nicht so, dass es irgendwie alles immer so durcheinander ist. Ja. Wir hätten noch ein Zelt zum Beispiel, aber das würde es wahrscheinlich jetzt auch nicht hier irgendwo rumschleppen, beispielsweise. Juuu, das ist zum Werfen, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das, das ist relativ, baut sich relativ schnell auf. Weil ich bin ungefähr in der Stadt. Dann hole ich dir das mal schnell. Ja, das ist mir cool. Ja? Dann hole ich mal schnell ins Feld. Super. Weil in der Stadt, ich bin nicht mehr aufgelöst. Danke schön. Gerne. Gerne. Dann habt eine gute Nacht. Wenn nicht, dann sehen wir uns nochmal wieder. Okay. Wer weiß. Pass auf dich auf, läuft gesund. Ciao. Gute Nacht. Ciao. Also es gibt Menschen, die versuchen irgendwie Kontakt herzustellen zu obdachlosen Menschen hier und da. Und es gelingt ihnen, es gelingt nicht, es gelingt nicht. Wir werden abgelehnt und nochmal abgelehnt und noch mehr. Und dann kommt irgendjemand vorbei und mit irgendeinem anderen Impuls, weil das der Tag ist, weil es die Nacht ist, weil es die Stimmung ist, weil was auch immer herrscht und weil jemand vielleicht mal nicht locker lässt, also wie oft war das so, dass ich mir die Zähne ausgebissen habe bei irgendjemandem und dann kommt Matze um die Ecke, einfach straight, sagt zwei Sätze und es ist geschehen. Und ich stehe da und sehe aus wie ein Frisör. Nicht, dass du denkst, ich will dir nicht die Hand geben. Ich gebe dir gerne die Hand, aber wir müssen wegen Corona ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin Marc, bin 37, bin seit vorhin ja erschienen und lebe seitdem auf der Straße gehen. Ich war vor ein paar Jahren schon mal auf der Straße, da war ich aber zehn Jahre auf der Straße. Wie im Sommer, wie im Winter. So und dann hatte ich mich ja wieder aufgerauft gehabt. Und nachdem ich dann, war ich in der Landzeittherapie, wegen Alkohol. Und ich habe dann meine Frau kennengelernt und dann sind wir zusammengezogen und vier Jahre verheiratet. Ja und dann war Feierabend und dann ist sie abgehauen, ich bin abgehauen und dann war ich im Knast und dann, ja, jetzt bin ich hier. Hier passen wir auf uns gegenseitig auf. Weil erst war ich ja hier nur mit ihm alleine. Dann kam er mit der Mitte, nee, nicht er, er kam erst dazu. Christian. Und dann kam er dazu. Weil das ist ja sozusagen meine Platte hier. Schon von vorne, von der Mission gehört, wir sind die saubereste Platte ganz beliebt. Ich heiße Mario, bin 45 Jahre und bin jetzt seit circa ein Jahr, ein Monat bin ich draußen. Ich habe in Leipzig gewohnt, bis 2013. Dann ist meine Mutter schwer krank geworden. Habe ich meine Wohnung aufgegeben, bin nach Berlin gemacht, meine Mutter zu pflegen. War auch nicht einfach gewesen alles, bis letztes Jahr Oktober. Habe ich meine Mutter gepflegt. Sie ist dann verstorben. Ja, und ich hatte es wohl irgendwie immer vergessen gehabt, mich bei ihr in der Wohnung mit anzumelden. Und, ja, wie gesagt, meine Mutter ist dann verstorben, letztes Jahr im Oktober. Und das Amt hat aber die Miete nicht übernommen. Weil normalerweise hätten wir als Gemeinschaft gezählt, Lebensgemeinschaft, meine Mutter und ich. Aber da ich da nicht angemeldet war, musste ich erst die Wohnung ausziehen. Ich sage mal so, man hat mir zwar angeboten gehabt, im Obdachlosenheim zu wohnen. Und ich habe mir da auch einige Digger angeguckt. Aber wäre wirklich nicht mein Ding. Allerdings schon von den Wohnverhältnissen her, weil da lebe ich hier draußen besser, sauberer, als im Obdachlosenheim. Obdachlosenheim, sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Ich bin 40 Jahre alt, ich bin Christian. Ich bin schon länger auf der Straße. Ich habe durch meine Ex-Freundin zwei Wohnungen verloren. Zwei. Immer in Pankow und immer in Hohenschönhausen. Und bin dann zu meinen Freunden gegangen. Und da habe ich dann irgendwie meinen Weg gefunden. Ich habe meine Freunde betrogen. Ich habe Scheiße gebaut, Leute auf der Fresse gehauen, Diebstähle jemanden, alles. Das bereue ich ja. Und ich habe dafür eingebüßt. Ich habe dafür einen Haft gelegen, alles. Ich bereue es aber. Und worauf bist du stolz in deinem Leben? Auf meine Kinder. Gibt es etwas, was du dir noch wünschen würdest in diesem Jahr? Boah, in diesem Jahr? Zumindest, dass erst mal die Corona-Krise vorbeigeht. Weil das ist sehr, sehr nervig. Weil man merkt, die Leute werden aggressiv. Das war schon beim ersten Lockdown, wo das gewesen war. Da hatten wir dann... Die sind dann alle auseinandergegangen und so. Wenn man irgendwas gefragt hat. Die haben auch keine Antworten nicht gegeben. Aber jetzt ist es total schlimm. Wenn man mit der S-Bahn fährt oder so. Ne Wohlung. Wer will das nicht, ne? Ich würde mir jetzt wünschen, dass die Kommunikationsblockaden aufgehoben werden. Und dass ich dann eben halt auch leichter eine Wohnung finde. Dass ich meine Kinder bei mir habe. Ich denke, ich habe das ein bisschen zu sein. Ich denke, ich meine Kinder bei mir auch aufgehoben. Untertitelung des ZDF, 2020